Grüß Gott, haben Sie kurz Zeit? Ich spreche ja nicht so gut aus. Kein Problem, schönen Tag noch! Grüß Gott, Andreas Heger, Kandensprung, hätten Sie kurz Zeit? Hätten Sie kurz Zeit? Entschuldigung, hätten Sie kurz Zeit? Okay, keine Zeit. Entschuldigung, hätten Sie kurz Zeit? Entschuldigung, hätten Sie kurz Zeit? Nein. Nein? Gar nicht? Sicher nicht. Okay, sicher nicht. Gut, gut. Entschuldigung, Andreas Heger, Kandensprung, haben Sie kurz Zeit? Ja, Zeit habe ich immer. Oh, das ist großartig. Ich habe einen Tisch reserviert. Herr Geisler, schön, dass Sie heute für uns Zeit haben. Sind Sie ein bisschen stressig? Sie kommen aus Heidelberg, hatten einen Vortrag. Jetzt sind Sie in Wien. Sind Sie quasi in diesem Transit, von dem Sie immer sprechen? Ja, klar. Also wenn wir, unsere Gesellschaft als Multioptionsgesellschaft, wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, unsere Zeit zu verbringen. Und unsere Aufmerksamkeit ist der Flaschenhals. Sie ist nicht mitgewachsen mit den Möglichkeiten. Die Kapazität des begrenzten Erlebens ist gleich, des bewussten Erlebens ist gleich geblieben und ist begrenzt. Und wenn wir jetzt immer mehr zu tun haben oder mehr Möglichkeiten haben, unsere Zeit zu füllen, kommen wir immer öfter in Situationen, wo wir so zwischen den Optionen sind. Wir sitzen in einem Meeting, aber checken E-Mails. Aber dann checken wir weder richtig gescheit E-Mails oder schreiben welche, noch sind wir in einem Meeting anwesend und lösen uns irgendwo in diesem Zwischenraum auf. Und wir werden nicht mehr wirksam. Und das ist, wenn das zum Dauerzustand wird, bin ich quasi immer noch dazwischen, also im Transit. Und das ist sehr unbefriedigend, weil ich nicht wirksam werde. Und das sind dann auch die Tage, die so vergehen. Irgendwie da sind zehn Stunden weg und ich frage mich, was habe ich eigentlich gemacht? Also wir sind reich an diesen Optionen und Welt in Reichweite zu bringen. Aber deshalb haben wir die Aufgabe, klug für uns auszuwählen und auf das zu fokussieren, was wir haben. Weil zum Beispiel ein schöner Effekt den Hirnforscher herausgefunden haben. Wir kennen alle dieses Zeitparadox. Wenn wir im Urlaub sind und es geschieht viel Neues, dann geht die Zeit im Erleben kurz. Und in der Rückschau kommt sie uns lang vor. Es ist viel passiert. Wenn wir beim Zahnarzt im Wartezimmer sitzen, ist es lang im Erleben, weil es passiert nichts. Und in der Rückschau kurz, weil es ist quasi weg. Und man hat jetzt herausgefunden, wenn man viel an der Oberfläche sehr sprunghaft unterwegs ist, durchs TV, beim Computerspielen häufig, aber auch hier beim Wischen, stellt sich ein Muster kurz kurz ein. Also ich stelle fest, verdammt, jetzt habe ich schon wieder 90 Minuten bei Facebook irgendwo oder im Internet verdattelt. Also das ging schnell oder es war kurz. Aber auch in der Rückschau war es ein kurzer Tag. Weil es bleibt nichts. Es bleibt nichts Wesentliches. Ich habe nichts bewirkt. Und wenn man so will, ist das eine lebensverkürzende Maßnahme. Weil mir kommen die Tage viel kürzer vor. Ah, ist das der Grund, wieso wir alle das Gefühl haben, wir haben keine Zeit? Das ist einer der Gründe. Das ist einer der Gründe. Ja, was sind die Gründe? Wieso haben wir keine Zeit mehr? Zeit ist knapp. Ist ja eigentlich fast ein Rohstoff mittlerweile. Ja, Zeit ist ja oder sie ist nicht knapp. Das hängt von der Perspektive ab. Es kommt ja jeden Tag neu nach. Sie entsteht genauso, wie sie vergeht. Aber für die meisten kommt zu wenig nach. Für die vielen Optionen, die wir... Also eigentlich sind wir knapp mit unseren Fähigkeiten, diese Optionen wahrzunehmen und auszukosten. Wir sind begrenzt. Ja, die Zeit ist einfach da. Und die ist erstmal wahrscheinlich unendlich. Jetzt habe ich das Gefühl, Mensch, jetzt möchte ich so viel machen. Es geht ja an diesem Tag nicht aus. Ich bin total gestresst und die Zeit ist mir zu knapp. Ja. Wie kann ich dieses Gefühl loswerden? Einfach mir weniger vornehmen oder... Vor allem, indem sie Dinge sein lassen. Also indem sie die Kraft nutzen. Schwierig. Ja, das tun wir manchmal nicht so gerne. Aber das kippt gerade. Also dieses... Ich mache häufiger in meinen Seminaren, dann lasse ich die Teilnehmer mal eine Let-it-be-Liste schreiben. Weil die To-do-Listen kennen wir alle, was es alles zu tun gibt. Und die interessante Frage ist ja, von was können wir uns befreien? Was brauchen wir alles nicht? Weil wir in einer Beschleunigungsgesellschaft leben und ein Wert in dieser Gesellschaft ist, aktive Zeiten sind gute Zeiten, wenn Action ist. Und ich muss quasi, um ein gutes Mitglied der Gesellschaft oder des Unternehmens zu sein, darf ich ihnen keine Zeit haben. Das können wir... Kann man sehr leicht ausprobieren, indem man einfach im Büro mal die Füße auf den Schreibtisch legt und 20 Minuten vor sich hin döst und schaut, wie die Leute so reagieren. Und wenn dann jemanden fragt, dann sagt man, ich mache gerade nichts, ich habe Zeit. Deshalb gibt es in Unternehmen ganz viele Mechanismen, die dafür sorgen, dass alle so tun können, als hätten sie keine Zeit. Also, wann beschäftigen sich Menschen in Unternehmen mit Zeit? Wenn es um Gesundheit geht... Die Mitarbeiter sind krank, oder was auch immer. Ja, oder quasi die Fehlzeiten steigen, beispielsweise. Oder wir wollen Gesundheitsmanagement etablieren. Dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, das hat ein bisschen was mit unserem Umgang mit Zeit zu tun. Oder Nachhaltigkeit. Ja, da steckt die Zeit ja schon drin. Also, wie können wir so wirtschaften, dass zukünftige Generationen auch noch wirtschaften können, beispielsweise. Das ganze Thema Digitalisierung, New Work, agiles Management, diese Riesenwolke, die da gerade durch die ganzen Firmen wabert. Und, noch ein Punkt, Innovation. Die Firmen sagen, verdammt, irgendwie Algorithmen und Bots machen alles. Was bleibt uns als Menschen übrig? Unsere Innovationskraft, unsere Kreativität. Wann sind wir innovativ? Natürlich nicht zwischen 27 E-Mails und 13 Telefonanrufen. Sondern, wenn man mit dem Hund spazieren geht, wenn man im Bett liegt, unter der Dusche steht und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie können quasi innerhalb der Arbeitszeit solche Zeitformen, die Innovation fördern, gestaltet werden? Mhm. Der Spruch, den jeder kennt, ist, Zeit ist Geld. Sie sagen nicht, Zeit ist Money. Nein, das stimmt nicht. Zeit ist Honey. Was meinen Sie damit? Wenn wir alle Zeit in Geld verrechnen, ja, dann verlieren wir die honigsüßen Zeiten. Ja, Zeit als Lebensmittel. Und als Gegenkonzept haben wir diesen schönen Begriff gewählt, verrechne nicht alle Zeit in Geld, sondern einfach auch Zeit in die Süße des Lebens. Ja, weil wenn man Menschen an ihrem Lebensende befragt, was waren die Zeiten, die gezählt haben in deinem Leben, dann sagen die meisten, die, die ich nicht gezählt habe, wo ich nicht auf die Uhr geschaut habe. Ja. Wo ich in Resonanz war mit anderen Leuten, in Kontakt war. Zeiten der Freude, der Liebe, des Vertrauens, der Freundschaft, des zu sich Kommens, solche Zeiten. Auch Zeiten des Erfolges, ja, also können schon auch aktive Zeiten gewesen sein, aber halt in der Balance. Und dass man da nicht erst am Lebensende hinkommt, sondern schon ein bisschen vorher. Deshalb haben wir das Buch Time is Honey genannt. Jetzt ist ja die Zeit eigentlich ein zutiefst künstliches Produkt. Wenn Sie die Zeit neuer finden könnten, als Zeitexperte, wie würde sie dann ausschauen? Ja, Sie verwechseln die Zeit mit der Uhr. Die Uhr ist ein künstliches Produkt. Die Zeit an sich ist ja was ganz anderes. Das tun wir übrigens häufig, wenn wir von Zeitumstellung sprechen und aber eigentlich nur an der Uhr drehen. Ja. Das ist nämlich eigentlich eine Uhrumstellung. Ja. Und wir verwechseln das eine mit dem anderen, weil uns das Konzept Uhrzeit so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wir glauben, die Zeit sei die Uhr. Die Zeitumstellung, die nächste auf die Sommerzeit, steht uns bevor am 31. März. Die Diskussion gibt es auch in Deutschland. Sollen wir das abschaffen? Was machen wir mit der Zeitumstellung? Wollen wir die weiter behalten? Wie sehen Sie das? Meine Hypothese ist, es geht gar nicht zu sehr um diese Stunde vor oder zurück. Ich glaube eher, das Problem, was die Menschen damit haben, ist, dass es quasi, also an der Uhr zu drehen, ist eine Machtdemonstration des Staates. Ah ja, das ist sehr interessant. Das mag man nicht. Wir sind viel Freiheit gewohnt und auf einmal sagt uns jemand, nee, pass auf, ihr dreht jetzt alle an der Uhr. Herrschaft ist Herrschaft über Raum und Zeit. Und mich persönlich, also ich finde ja die Uhrumstellung gut, weil sie uns zweimal im Jahr die Gelegenheit gibt, daran erinnert zu werden, dass Uhr und Zeit zwei völlig verschiedene Dinge sind und wir an der Uhr stellen können, aber die Zeit können wir nicht verändern. Und es ist ein schöner Anlass, zweimal im Jahr sich über Zeit Gedanken zu machen. Und deshalb bin ich persönlich dafür, dass wir sie beibehalten. Herr Geisler, herzlichen Dank, dass Sie für uns Zeit hatten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Zeit ist Geld, befürchte ich, ist für viele noch sehr wichtig. Schließlich war auch die ursprüngliche Idee der Zeitumstellung, sich Energie, also Geld, zu sparen. Hat sich nicht bewahrheitet. Was wir uns aber mit der Zeitumstellung unter Umständen eingehandelt haben, ist etwas Ungesundes. Darüber müssen wir bei einer Fahrt durch das nächtliche Wind sprechen mit unserer Chronobiologin, Frau Prof. Thesma Reible.